Wo ist er denn? Jetzt können wir es aber nicht mehr aufhängen. Also wenn es blinkt, nimmt es auf, gell Tom? Wenn Zeit zurückwärts geht, dann müssen wir einen langen Wendel dran machen, dass wir den schön aufhängen können. Es ist aber nicht scharf. Ich weiß gar nicht, ob es nicht scharf ist, weil ich meine Brille wieder aufhören kann. Ich glaube, der ist auch zu Katzmäuschen. Alle gucken, wie du deine Schnullis reinkommst. Einpacks, Ellie. Willst du helfen? Eette, die verspricht doch nichts. Okay.